hallo und herzlich willkommen aus dem tabletop basement und zu einer neuen folge tb tv heute zeige ich euch wie man eine kleine space marine streit macht in zehn stunden anmalt ja herzlich willkommen zurück auf unserem kanal und zu einem neuen video ja es geht um warhammer 40k und jetzt werden sich viele fragen was zur hölle warum warhammer 40k was ist denn bei euch los ja wir haben ja gesagt ich möchte unbedingt irgendwann mal wieder warhammer 40k spielen ich glaube wir haben da vor zwei jahren oder so schon gesagt irgendwann müssen wir mal warhammer 40k spielen und thomas hat gesagt ja das machen wir auch irgendwann mal dann kam die neue edition und dann haben wir gesagt okay komm jetzt machen wir das mal aber wir spielen warhammer 40k so wie wir das möchten das heißt wir spielen eine kleine narrative kampagne mit wirklich viel spaß am spiel und nicht irgendwie um zu gucken okay wer hat jetzt hier wie viele punkte und so weiter wir haben uns dann für zwei armeen entschieden ganz klassisch space marines und orcs an dieser stelle noch mal vielen vielen dank an die firma mini arts die uns diese miniaturen zur verfügung gestellt hat und ja wir haben dann gedacht okay ich habe öfter schon mal diese challenges gemacht challenges in anführungszeichen 24 stunden bemalung und ich habe gesagt okay eigentlich muss hier nur ein bisschen farbe drauf weil ich sie zum spielen halt brauche für die kampagne aber wahrscheinlich brauche ich sie danach eh nicht mehr weil 40k ist halt einfach nicht meins vielleicht überzeugt mich das spiel auch und ich sage hey vielleicht habe ich doch bock das ganze noch ein bisschen zu erweitern das werden wir dann im laufe der kampagne sehen aber ich habe gedacht okay es muss eine schnelle bemalung sein ich will da jetzt nicht viel zeit investieren ach komm wir machen doch mal so eine challenge in der space marine army in 24 stunden müsste doch machbar sein es sind tatsächlich nur zehn stunden geworden ich habe zehn stunden gebraucht um diese miniaturen zu bemalen natürlich mit pausen zwischendurch ich habe immer eine stoppe nebenbei laufen lassen aber im endeffekt sind es nur zehn stunden gewesen die ich gebraucht habe und ich bin eigentlich recht zufrieden natürlich da kann man jetzt noch eine ganze menge mehr machen decals auf die schulterpanzer viel mehr am weathering arbeiten meine fahrzeug ist sehr sehr sauber ich habe so gut wie gar nichts verwittert aber für mich reicht es jetzt erst mal so es ist so eine standard bemalung standard tabletop bemalung und ich dachte mir hey das video ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant weil ich ja immer gesagt habe oder mich gefragt habe hey warum nehmt ihr keine ak washes für eure space marines das ist doch eine super alternative zu den normalen washes ist es eine viel saubere eine viel saubere arbeit einfach auch ihr müsst nicht so viel nachmalen sondern könnt das super entfernen und dadurch dass einfach auch viele immer gefragt haben mensch kannst du es nicht mehr zeigen dachte ich mir hey dann nimmst du das alles mal komplett auf und daraus ist dieses video entstanden ja ich nehme euch jetzt auf jeden fall mit in einem zeitraffer das heißt ich werde so ein bisschen was erklären was ich gemacht habe welche farben ich verwendet habe aber das ganze video wird in einem zeitraffer ablaufen das heißt ihr könnt euch jetzt ihr braucht mir jetzt nicht zehn stunden beim malen zu gucken wie lange das tatsächlich dauert weiß ich gar nicht das video weil das werde ich erst im schnitt sehen aber ich zeige euch auf jeden fall welche farben ich genommen habe wie ich da vorgegangen bin mit der bemalung und ja ich wünsche euch jetzt viel spaß mit diesem video ich hoffe ihr könnt ein bisschen was mit anfangen und seid nicht so hart mit mir im gericht weil warmer 40k habe ich das letzte mal vor weiß ich nicht sechs sieben acht jahren mal angemalt und von daher war es für mich tatsächlich auch mal wieder ein versuch es hat mir tatsächlich auch spaß gemacht diese miniaturen anzumalen und ja jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem video und wir sehen uns am ende dieses videos wieder nachdem ich alle miniaturen ordentlich zusammengebaut habe müssen wir sie natürlich als erstes grundieren und das mache ich mit dem ak primer und mikrofiller black als hauptfarbe nutze ich eigentlich nur drei farbtöne und ich beginne mit nato black von ak interactive real color anschließend dann ak interactive real color blue allerdings lasse ich hier schon die ersten schatten stehen und unsere eigentliche abschlussfarbe ist dann pale blue von ak interactive real color ebenfalls und ja wir nutzen dann einen weiteren highlight akzent in dem wir diese farbe einfach noch ein bisschen mit weiß ivory das ist geschmacksache aufhellen um dann noch anschließend ein paar akzente zu setzen und das war eigentlich schon der grund farbauftrag wir sind haben somit schon den größten teil erledigt wir haben drei farben benötigt beziehungsweise die eine farbe haben wir aufgehellt und somit ist unsere hauptarbeit schon abgeschlossen so Bis zum nächsten Mal. Der nächste wichtige Schritt ist natürlich Metallfarbe. Gerade bei Space Marines haben wir sehr, sehr viel metallisch aussehende Gegenstände und Rüstungsteile. Ich nutze dazu einen ganz normalen Farbton. Army Painter, Gun Metal zum Beispiel oder auch von Balejo eignen sich prima. Als nächstes folgen die Augen. Ich nutze dazu einfach einen ganz normalen Rotton, den ich in die Augen male und schattiere das Ganze einfach nochmal mit einem Wash ab. Für die Ränder der Schulterpanzer habe ich mich für ein helles Blau entschieden. Abschließend für die gesamte Rüstung natürlich noch sämtliche Details. Damit unser Metall nicht so glänzend aussieht, müssen wir natürlich auch hier ein bisschen arbeiten und zwar nehme ich ganz normales Nun Oil und wasche und schattiere somit sämtliche Metallgegenstände. Kantenakzente habe ich tatsächlich mit einer Trockenbürstenmethode gesetzt. Abschließend sind noch die Leuchteffekte für die Plasma-Waffen. Hier habe ich mir einen einzigen Grünton geschnappt und den habe ich mir einfach ein bisschen hochgemischt, indem ich einfach ein bisschen Weiß hinzugegeben habe. Und somit habe ich drei verschiedene Abstufungen und habe einen schönen Leuchteffekt auf meinen Plasma-Waffen. Ein leichtes Weathering darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe hierzu Dust-Effekts von AK Interactive genutzt. Und ganz zum Schluss müssen wir natürlich das Modell versiegeln. Ich nutze Army Painter Antishine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, wenn ihr jetzt Fragen oder Anregungen habt, natürlich bitte wieder unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sagt, hey, das ist totaler Quatsch, was du da gemacht hast, trotzdem bitte in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt zu den verschiedenen Stilen, die ich da verwendet habe oder die verschiedenen Techniken, gerne nochmal unten in die Kommentare reinhauen, falls ihr jetzt nochmal Fragen habt, hey, wie funktioniert das mit dem Wash? Ihr habt zum Beispiel gesehen in dem Video oder wahrscheinlich gesehen, dass ich Probleme hatte mit dem Wash. Das lag daran, weil ich das einfach zwei Tage lang da drauf hatte. Ich habe das Wash drauf gezogen, habe mir gedacht, okay, machst du morgen weiter. Bin ich leider nicht zugekommen, denn einen Tag darauf habe ich es auch nicht geschafft, also war es erst am dritten Tag. Und somit zieht das Wash natürlich auch extrem an und hatte extrem Probleme, das Wash wieder runter zu bekommen. Im Endeffekt habe ich es trotzdem runtergekriegt mit viel Gewalt und einem dicken Borstenpinsel. Aber normalerweise, wenn ihr das Wash auftragt, antrocknen lasst und dann direkt mit einem Wattestäbchen, dann geht das 1A runter. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich gesagt habe, hey, warum macht ihr das nicht? Aber im normalen Fall funktioniert das sehr, sehr gut. Bei mir war es einfach nur der Fehler, dass ich es halt einfach drei Tage drauf gelassen habe. Aber ansonsten hat mir das Projekt mal wieder wirklich viel Spaß gemacht. Thomas ist auch fast fertig mit seiner Armee. Bei ihm fehlt, glaube ich, nur noch dieser Gorka-Maut von den Orks und dann sind wir eigentlich auch schon fertig für die Kampagne. Thomas wird eine kleine Geschichte drum herum schreiben und wir werden mal versuchen, das so ein bisschen schick aufzunehmen für euch, um euch da auch so ein bisschen zu unterhalten. Und dann sage ich danke für dieses Video, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, vielen Dank weiterhin für euren Support. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer wir machen. Und nun wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund.